Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge The Last of Us mit Ellie und Joel. Ja Moment, ich helfe sie ja gleich hoch. Wir müssen da weiter. In der letzten Folge hat Ellie ein bisschen einen auf Sniper gemacht. Und genau, wir fahren jetzt hier weiter. Muss sie da hoch helfen. Aber wie? Ahhhh. Hilf mir mal damit. Ich habe... Alles klar. Na komm. Aber da war doch noch was. Moment, am Schrank war noch was. Was ist das? Ah. Okay, komm Ellie. Weiter geht's. So. Angenehm. Sehr angenehm. Werkzeugtisch. Okay, dann mal los. Ähm. Was kann ich denn hier? 68 habe ich. Waffenhalfter kann ich ja nicht. Ich könnte meine Pistole verbessern. Oder meine Shotgun. Oder meine Shotgun. Shotgun ist eigentlich immer ganz wichtig. Da könnte ich aber nur den Rückstoß verbessern. Kann man das machen? Oder soll ich meine Waffe verbessern? Muss erstmal noch kurz gucken. Muss erstmal noch kurz gucken. Äh. Äh? Ja, okay. Wenn dann die. Aber da habe ich gerade nicht so viel Schuss, wa? Mit meiner Schrotze habe ich gerade gar keinen Schuss. Was haben wir denn? Dann verbessern wir mal die Pistole. Ähm. Magazinkapazität ist immer wichtig. Machen wir gleich zwei. Da. Immer schön viel Magazin. Und Joel, ja das würde uns helfen. Da muss ich nicht so viel nachladen. Okay komm. Dann gehen wir jetzt weiter. Null. Und das ist alles. Nächst. Kein Essen. Und das Barschier. Wir haben nichts mehr. Hier, hier. Ha ha. Oh Mann. Wir hätten nichts tun können. Ich weiß. Aber. Oh Mann. Alter, die haben gerade einfach Menschen getötet. Okay. Um zu gucken, ob die was dabei haben, Alter. Falsch mit denen. Das stimmt, wir müssen ja immer noch zur Brücke. Da waren wir ja immer noch nicht. Das habe ich schon wieder ganz vergessen. Alter. Auf auf. Hier sind doch bestimmt wieder die Hunter. Da riecht doch. Oh fuck. Oh fuck. Nein. Pass auf. Na dann mal los, komm. Du bist tot, Arschloch. Du bist tot. Hallo. Warum hat der nicht geschlagen, ey? Mann, ich wusste, dass der in die Ecke kommt. Deine Scheiße. Äh. Äh. Jawoll. Leben habe ich verloren. Quasi nichts. Okay. Äh. Zack. Ich muss mich immer ungewöhnen. Von der Steuerung von der, von der ist gone. Und von der Last of Us. Alter. Warum muss der denn jetzt direkt zu uns kommen, ey? So eine Scheiße schon wieder. Ich bin echt der Schleichprofi. Selbst, ey. Okay. Zack. Bin ich runter? Jo. Okay. Das sieht ja auch überhaupt nicht nach nem Kampf aus. Hello. Da ist ne Falle. Scheiße, man. Gut aufgepasst. Was denn? Oh ja. Jo. Im oberen Stockwerk ist einer da oben. Scheiben wir den aus. Ja. Ich seh ihn. Deckung. Da unten geht's rein. Hier geht's aber auch rein, oder? Oh, mamma mia. Die Hurensöhne. Und ja richtig aufpassen. Xa. Da sind mehrere. Fuck, 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 fuck. Das war das. Wer ist das? Was? Ach stimmt, Ellie kann ja jetzt schießen. Ich dachte hinter uns wäre auch noch einer. Ellie kann ja jetzt schießen. Das habe ich überhaupt ganz vergessen. Musik kann ausgehen, in Ordnung. Nein, das ist nicht... Aua! Jetzt sollte ich... heilen. Da kommen noch mehr. Oh, was ist denn hier? 10. Oktober. Ich sah gerade, wie ein Mob-Captain Mastross und den Rest des Trupps mit Benzin übergoss. Und bei lebendigem Leib verbrannte. Tiere feierten das sogar. Ein alter Sack hat sich beschwert aus einer Benzinverschwendung. Es waren einfach zu viele. Ich konnte nur fliehen. Aber ich erinnere mich an alle Gesichter. Ich könnte jeden einzelnen jagen und zur Strecke bringen. Die Dreck-Säcke. Diese Dreck-Säcke. Gehen wir mal weiter. Das waren bestimmt noch nicht alle. Wie gehen sie denn? Hey, Ellie. Er hat ein Gewehr. Das wird Zeit für Captain Molotow. Molotow. Das war nix. Das war nix. Das war nix. Das war nix. Oh, shit. Ach, die musst du bezahlen. Nö, war ich nicht. Das ist kostenlos. Da-li-lu-u Aua Wo ist er denn jetzt? Dir fehlt ein Fuß, mein Freund Natürlich, haben alle wieder nix dabei, oder was? Oh, leck mich doch am Arsch Ich hab gleich keine Muni mehr, ey Mal vorsichtig in dem Haus noch gucken Und so sagte, vorsichtig Ellie, weiß Bescheid War da Ah ja Das ist schon mal gut Medikit herstellen Äh, was war das andere noch? Ja Das machen wir mal noch Ja, der LKW macht sich hier gut Oder hier war noch was? Ne Hier haben wir glaub sonst Nichts mehr Dann gehen wir weiter Vielleicht grad fast selbst reingelaufen Okay Wie wird es noch zu dieser scheiß Brücke? Gibt man nicht Mann Das war wohl das Ende dieser Zone Zack, 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 zack Bright was All we had Alter Schwede Junge, Junge, Junge Okay Hm? So Death for Freedom Brutsche Freiheit Ja, in jedem Kampf gibt es Verlierer Und wenn sie Familie haben? Jeder hat eine Familie Denk nicht darüber nach Wie soll das gehen? Äh, Elisa ist da normal Ich sag's euch, ich werde auf jeden Fall noch in irgendeine Falle reinlaufen 100% Wo geht's denn jetzt hier eigentlich Weiter Das weiß man nicht so genau Und wo ist meine Munition? War ich hier schon drin? Ne, war? Doch, da war ich grad drin Gut, dann gehen wir da rein Wir gehen mal noch da rum Hey, hilf mir hoch Da geht's weiter Ja, dann muss ich aber noch kurz hier hin Zack, 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 zack Und natürlich keine Munition Nice Äh, mit mir geht's Der ist noch repariert Das ist noch schon eine Nagelbombe, kann nie schaden Okay Die Rauchbombe nutze ich irgendwie nicht, aber ich glaube die sind auch nicht so geil Durch Munition Okay Okay Okay, hallo Oh ja Das lohnt sich Bald kann ich mehr Leben hier Nice Das ist angenehm Ob ich jetzt mehr Muni? Hier hab ich mehr Muni Sehr schön Immerhin ein bisschen Munition Das noch Munition Rocknotiz Ähm Wir haben die Stadt nach Überlebenden abgesucht Im Hotel Haben sich ein paar Soldaten versteckt Um die wir uns gekümmert haben Eine Gruppe von uns hat Ihr Lager überfallen Oder vielmehr das Was davon übrig war Die meisten großen Maschinen sind durch den Kampf im Arsch In absehbarer Zeit können wir also nicht nur auf Panzern fahren Die schwere Artillerie Kann man auch nicht mehr retten Die einzige Ausnahme ist ein Humvee Wir konnten ihn reparieren Inklusive seines Kaliber 50 Geschützes Dieses Ding ist undurchdringlich Ich bin gespannt ob sie noch jemand mit uns anlegt Das ist doch ein Hammer gewesen Das war das Ding vorher was wir gesehen haben Und guess what Wir werden auf jeden Fall noch auf die treffen Zu 100% Kein Bock Ja dann gehen wir mal weiter zur Brücke Was sind wir immer noch nicht da Sehr gut Ellie Ab nach oben Wie das hier aussieht So ein altes Spiel Echt nice Okay L3 Die Brücke Da vorne ist sie Wir sind fast da Nur noch hier durch Ellie Alright Und durchs Gorn kann man aus Polizei auch los Moin klauen Ich hab ihm sowas gewohnt Quarantänezone in Boston Ich stehe wohl nicht Wo? Military Preparation Reparatory School Lasse Okay Nicht so nice Ellie Da geht's wohl weiter Dawn of the Wolf R2 Ellie Dein Film Ah Immerhin etwas Ich brauche hier immer noch meine Taschenlampe an Kann ich dann nochmal was craften Ja dann nochmal eine Nagelbombe Wer weiß wofür Sooo Gehen wir durch die Gasse Das war ja klar Guck mal wer da ist Schon gut Bleib nur in Deckung Komm jetzt auch gleich wieder ums Eck Da sind sie Moin moin Kollege Ich glaube wir können die nicht töten Ich weiß nicht Wir können es versuchen Ich bin halt nicht wo die sind Oder Ich weiß auch nicht ob wir die töten müssen Können wir einfach weiter gehen Schon ein bisschen gefährlich Was denn Hat mich jetzt gesehen Keiner Geht's eh nicht weiter Ich weiß halt nicht ob wir die töten müssen Oder Oh da sind ja noch mehr Also ich denke wir müssen sie töten Weil der Truck steht da ja direkt da vorne Dann mal auf auf Hallo Frühstück Ja dann mal auf Du bist tot, Arschloch! Verdammt! Kriegt er natürlich nix mit in seinem Truck, wa? Hier werden wir auch so richtig kommen. Geh, Geh! Was ist denn jetzt hier der Plan eigentlich, wenn ich mal fragen darf? Oh, der fährt weg. 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 Aber ich hab nicht gesehen, was der von mir wollte. Bitte. Ähm. Der jetzt. Scheiße Ist der Plan einfach darüber zu rennen Ich bin der Plan einfach darüber zu rennen Ich bin der Plan einfach Ich denke das ist der Plan einfach Du Wichser Ja, was hast du drauf, Mann? Na los! Das war Ellie wieder, ey. Das... So. Bevor wir hier jetzt aber weitermachen... Alter, ich bin gerade maximal verwirrt, ey. Dieser scheiß Truck. Bevor wir hier jetzt aber weitermachen, bedanke ich mich, ähm... fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr in die nächsten Folge wieder einschaltet. Wenn wir diesem Truck entkommen. Bis dann, ciao.